Ich wollte noch kurzere fragen wegen dem XP von der Wanderqueen und wie ich falle jetzt. Hier ist mir jetzt mit dem UC-101 voll und voll von zurück nach Bade. Und dann neben Fritzelwetter und der Wanderqueen sozusagen, das ich mache. Nähr хлопz. Wenn ich mich ... ... ... ... ... Das waren ... ... ... ... ... ... ... ... Es kommen nur noch die Dürfen, die ich nicht durchladen konnte, das ist leider, bevor ich noch keinen Tank habe. Jo, dann, so folgendes Video. Das ist gut, 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 gut. Wenn das allgemein ist, euch nochmal ein Video, um euch darüber zu informieren. Alles absolut. Jetzt müssen wir noch die Loks von dreißen. Der Kug hat einen... Der Kug hat einen kurz, auf jeden Fall sieben ab, aber... muss keine kleinen, wenig Verspätung. Denn...